Schon wieder gerade so durchgekommen, Alter, das ist, Alter, das Lernen in den Kartellkarten, ich habe keinen Bock mehr, das ist so eine Scheiße jedes Mal, also ich bin echt am Ende. Entschuldigung, hat sich da gerade jemand über das Lernen beschwert? Äh, ja, ich. Äh, das passt ja gerade sehr gut, denn ich habe hier eine schöne App für dich, die du ausprobieren kannst, das, weil würde das Lernen viel mehr Spaß machen. Das ist Akarmove, eine Lern-App, die dir das Lernen versüßen wird, Fred. Probier es doch mal aus. Forder ein paar Freunde heraus, Spieler gefragt, du wirst es. Das ist richtig geil. Ja, ne? Und in ein paar Wochen... Damit lerne ich wirklich. Ja, damit läuft die Klausur, ne?